hallo miteinander und willkommen zum ersten tipps und tricks video zu ballerskate 3 wir wollen so ein paar allgemeine sachen besprechen die einem das leben hier so ein bisschen leichter machen und auch die kämpfe leichter machen da fangen wir gleich mal hier oben an ihr seht ich habe den schurken hier schon in stellung gebracht hier auf dem haus er ist der schleich muss man mit sie betritt und wir werden jetzt mal hier angehen und etwas tun etwas äußerst böses und aber wir wurden nicht gespottet ihr seht wenn jetzt hier die sichtkegel die gucken alle nach vor dass die sehen uns hier hinter ihnen nicht das heißt wir haben auf jeden fall den vorteil und können dann hier wenn wir ja den hinterlegen angemacht den vorteil mitnehmen 90 prozent treffer chance das hört sich doch schon mal ganz gut an und wir können das quasi gleich zwei sachen hier am stück zeigen das ist mal das erste zack der ist erledigt und gerne mit dem tod nein so gleich die zweite seite noch zeigen das ist nämlich der vorteil wenn man die so ein überraschungsangriff hier macht mit dem schleichen hier sieht der die bis gleich noch mal dran das heißt wir können hier den schaden verdoppeln den wir machen quasi das wollen aber gar nicht so wirklich denn ich wollte euch etwas anderes zeigen und zwar das gute wunderschöne taktische stoßen hoffentlich haben wir glück und das klappt auch 60 prozent zack der kollege ist fast tut jetzt können wir hier noch vorgehen und können natürlich trotzdem noch weil das eine bonus aktion war und so nötigen angriff machen und dem goblin zack noch mal ein schuss mitgehen so damit haben wir ja quasi gleich in der ersten und des campes zwei leute ausgeschaltet die auch noch hier im vorteil hatten weil sie hier oben standen gegen unseren leuten und den rest unserer truppe der hier unten irgendwo unterwegs ist wo auch immer sie sind ach die sind auch hier hochgeladert ja genau vorteil zur erinnerung bedeutet bei der skate sei dass man mit zwei würfeln würfelt und davon das bessere ergebnis nimmt nachteil ist halt wenn man ja nach was hat das gegenteil davon dass man das schlechtere ergebnis nimmt immer mit zwei würfeln wird aber gut das ist jetzt ist es mal egal der vorteil ist das wesentliche den sollte man sich immer sichern den bekommt man wenn man von oben auf irgendjemand runter schießt zu jeder zeit deswegen gehen die feinde immer so gerne hoch auf irgendwelche objekte und da kommt natürlich wie gesagt das stoßen das taktische stoßen wie ich es gerne nenne ins spiel mit dem könnt ihr sie runterstoßen und natürlich nicht nur aus der position entfernen sondern auch noch schaden machen in der regel das ist jetzt hier noch relativ umar weil das nur zwei stockwerke waren aber naja es gibt auch abgründe und schluchten wo dann die leute ganz verschwinden und völlig sterben also auch das ist möglich sollte man auf jeden fall nutzen dass er ja erleichtert einem die kämpfe immens wenn man hier kurz so der githyanki frau mal drüber geht sie hat natürlich zum beispiel noch die githyanki psionic magierhand kann man auch mit dem magier casten als zaubertrick und die macht im prinzip dasselbe die kann werfen und stoßen also das heißt wenn man die rausholt und irgendwelche feinde dann wegstoßen möchte da werde ich euch an der stelle noch mal was extra einblenden von das ganze bitte sagt mir dass das jetzt klappt hallo ich bin die ich bin übrigens die magische hand und nicht werfen stoßen komm schon komm schon jawohl was ist mit dir mein freund willst du zu deinen kollegen runter vielleicht super super nützlich und eigentlich hier werden einer der wichtigsten tipps für den kampf man glaubt ist eigentlich kaum dass man die die leute so weg stoßen sollte damit das passt der zweite tipp der ist dann im prinzip werfen also die sagen die hier unten sind die spieler ist meine große rolle dass man spielen kann sich denke dass haben die meisten leute schon mitbekommen wir können aber auch werfen das kann auch die psionische handwerke zum beispiel sagen okay immer dieses fass hier und werfen es dahin macht schaden kann man natürlich auch mit anderen sachen machen die entzündlich sind also zum beispiel die sprengwässer oder sowas macht ein bisschen mehr krach kann man das super nutzen um leute natürlich zu bewerfen wenn man keine franken waffen war keine gescheiten oder sowas oder eben um explosion und so weiter auszulösen was man auch machen kann und sollte zu jeder zeit immer wenn es halt geht das eintauchen benutzen eintauchen ist das hier dieses icon er bedeutet quasi wenn ihr irgendwo zum beispiel hier in dem fall feuer habt ja dann kann man oder waffen kann man die waffen hier eintauchen zack dann habt ihr eben neben euren normalen würfel den würfeln doch mit feuerschaden also im prinzip das geht drei spiel von würfeln und das seht ihr hier im prinzip verdoppelt ihr damit hier bei den deutschen in dem fall euren schaden nochmals zusätzlich wenn er das dann stack mit dem hinterhältigen angriff und so weiter wie vorhin gesehen haben dann macht das schon eine ganze menge aus also ihr könnt euch natürlich solche solche sachen selber auch schaffen irgendwo ein alchemisten feuer hinschmeißt alles eintauchen und abgeht die post geht auch mit gift geht mit allen sachen die ja so vor sich hin jinxen dass man die benutzen kann dafür auch ist wie gesagt super stark sollte man immer benutzen wenn es geht ist auch nur eine bonus aktion das heißt ihr könnt also im kampf machen ohne volle aktion zu verschwenden ja super sache was ihr probleme habt wenn ihr kisten stapelt irgendwie drauf zu gehen auf die kisten weil es ja normalerweise kann man ja auch so machen dann läuft er schon hin aber wenn ihr mal probleme weil das konstrukt irgendwie komisch ist und groß dann kann man damit lässt hier drauf und erklärt dann machen und dann geht das auch ohne weiteres der wasser inventar so unordentlich aussieht wie meins hier und ihr keine lust habt hier die sachen von hand zu ordnen dann kann man das auch tatsächlich hier oben machen und hier drauf klickt ist ein bisschen versteckt ich habe es erst mal auch gar nicht gesehen aber hier kann man die sachen dann nach verschiedenen sachen sortieren auf verschiedene werte zum beispiel die neuesten sind dann hier ganz oben und dann seht ihr ist das schon etwas sortiert auf allem wenn man da verkauft hat und ja alles lustig ist oder ja sachen hin und her schiebt ja dann ist das schon ganz nützlich andere sache nur falls ihr überlastet seid weil ihr zu viel zeug mit euch rumtragt das müsst ihr gar nicht wirklich denn das ist dann noch ein bisschen umständlich könnt ihr mal rechtsklicken drauf machen und ihr könnt ein lager senden da kommt hier amazon vorbei mit der drohne holt das ganze ab und sind natürlich das ganze ans lager da gibt es eine kiste könnt ihr dann quasi holen wenn ihr im lager seid und dann in irgendeine stadt springen und das ganze zeug verkaufen also es gibt eigentlich quasi keinen grund nur weil man überlastet ist oder so ja ins lager zurückzukehren um ja oder zum verkäufer zu gehen oder so man kann immer weitermachen immer weitermachen eine weitere sache die man relativ leicht vergessen kann ist eigentlich der größte oder einer der größten vorteile von magiern neben der tatsache dass natürlich viele zauber slots haben dass sie von schrift rollen sprüche lernen können das heißt sie sind nicht darauf angewiesen nur sprüche auszuwählen wenn man level ups hat so wie die meisten anderen klassen sondern wir können auch hier dann gehen hier mit gail in dem fall und sagen okay wir wollen den schock griff lernen dann können wir ihre restklick drauf machen können jetzt aber erlernen machen die spruchrolle geht raus und wir können das ganze lernen das haben wir schon das schlafen schutz vor gut und böse haben wir noch nicht können auch zauber erlernen so und so fühlt sich dann so nach und nach dann unser repertoir hier stille können wir auch erlernen und ihr seht die ganzen zauber tauchen hier dann bei jedem entsprechend auf dort wo sie hingehören und wir können sie dann entsprechend auswählen eine andere sache die man leicht vergisst ist das anders wie bei pathfinder zum beispiel kingmaker das ja die party quasi nicht als ganze party gilt bei pathfinder war das ja zum beispiel so dass immer die naja der beste wenn es um würfel ging wurde immer der beste werte party genommen also von besten mann von stärkewurf an wurde halt der krieger genommen weil er meistens den gewissen stärkewert hatte oder der magier mit intelligenz wird es ein intelligenzwurf war das ist ja bei divinity und hier bei den level spielen ein bisschen anders hier wird ja tatsächlich jedes party mitglied als eigenständiges ding betracht das heißt wenn ihr in einem gespräch mit einem hauptcharakter irgendwie bei irgendwelchen sachen fehlt und ja irgendwie sachen nicht raus bekommt dann könnt ihr das gespräch quasi einfach wiederholen mit ja im prinzip bis zu vier mal mit euren anderen charakter die auch noch versuchen da die richtigen würfel zu bekommen es kann natürlich auch sehr gut sein dass euer eigener charakter vielleicht ganz schlechten charisma ist ja dann solltet ihr vielleicht eher den hexenmeister mitnehmen der nun charismawert hat und der dann eben auch überzeugen oder einschüchtern kann und hast du nicht gesehen sollte man immer da denken es ist oft nichts verloren gerade wenn es so normale dialoge sind die nicht irgendwie dazu führen dass man sofort kämpfen muss und ja die würfel wiederholen eben dann mit anderen charakteren wenn euch das video gefallen hat oder weiterhelfen konnte dann vergesst nicht ein like dazu lassen oder vielleicht sogar ein abo wenn ihr mehr videos zu rpgs im allgemeinen sehen wollt da reicht ich ein programm in nächster zeit und wir werden natürlich jetzt auch weitermachen mit bald das geld ja nachdem wann ihr das hier schaut am 17 10 beginnen wir unsere multiplayer serie das dürfte auf jeden fall spannend werden also lasst auch ein abo da dass ihr das nicht verpasst in diesem macht es gut und vielen lieben dank fürs zuschauen ciao ciao ja